Rade vom Walder, alternative Nachrichten bzw. die Tagessau, Nachrichten, die durchs Dorf getrieben werden müssen. In der Rade vom Walder Innenstadt wird ein neuer Kreisverkehr geplant und dieser war in der letzten Woche Ende September Thema in der Ratssitzung in Rade vom Wald. Die alternative Liste hatte einen Vorschlag eingebracht, wie man den Verkehr dort besser abwickeln könnte, denn leider ist dieser Kreisverkehr nicht mittig in die Kreuzung geplant. Man hat leider versäumt, planungsrechtlich dieses Bereich abzusichern. Hier war vorher ein Parkplatz, aber auf Privatgelände, hier ein Haus, was abgerissen wurde. Und hier entsteht jetzt ein Neubau und hätte man diesen Bereich schon rechtzeitig planungsmäßig abgesichert und dann hier abgekauft, was ja für öffentliche Belange möglich ist, dann wäre der Kreisverkehr in diesem Bereich. Und dann wäre mit Telegrafenstraße, Hohenfuhrstraße, Kaiserstraße hier entlang und die Grabenstraße, die hier kommt, der Kreisverkehr in optimalerer Lage. Nun, obwohl dieser Kreisverkehr lange in der Diskussion ist und man da hätte planungsmäßig doch reagieren müssen, wenn man sowas anstrebt, ist das versäumt worden. Und jetzt hat man geprüft, was wäre hier möglich, wenn man einen Kreisverkehr will und das, was hier auf der Karte jetzt sichtbar ist, ist dabei herausgekommen. Ich möchte jetzt versuchen, mit ein paar Streichhölzern zu verdeutlichen, was die Probleme sind. Zunächst einmal die Einfahrten in den Kreisverkehr. Von Richtung Bergerhof kommen, fährt man hier in den Kreisverkehr rein. Von Richtung Ulfebad kommen, teilweise Nordstadt, Schule, fährt man hier in den Kreisverkehr rein. Immer die grünen Köpfe der Streichhölzer sind die Fahrtrichtung. Von der Hohenfuhrstraße fährt man hier in den Kreisverkehr rein und von der Grabenstraße hier. Und das wäre bei einer Kreuzung auch ganz normal. Aber da der Kreisverkehr nicht mittig ist, soll es schon hier von der Kaiserstraße in die Grabenstraße einen Bypass geben. Also fährt man hier rein. Und, damit das nicht genug ist, es soll auch in die Kaiserstraße reingefahren werden, und zwar durch den Bypass. Und das sieht dann so aus. Diese Verbindung kreuzt hier die Ausfahrt aus der Grabenstraße. Kommt noch hinzu, dass natürlich der Kreisverkehr, weil er verschoben ist, hier in die Einfahrt der Kaiserstraße gleichzeitig die Ausfahrt in die Grabenstraße hat. Die kommen also hier raus, müssen diese Autos jetzt gegenseitig beachten. Und natürlich in den ganzen Bereich ist noch Fußgängerverkehr. Also hier rüber, dort rüber, wie die jetzt immer laufen werden, eine ziemliche Gemengenlage. Deswegen hat die alternative Liste gesagt, so geht der Kreisverkehr nicht. Wenn man den baut, ist das Mindeste, was man tun muss, eine Umkehrung der Fahrtrichtung in der Kaiserstraße. Das heißt, man fährt durch die Grabenstraße rein und kommt aus der Kaiserstraße wieder raus. Das heißt, die Querung des aus der Grabenstraße rausgehenden Verkehrs findet nicht mehr statt. Es geht direkt in den Kreisverkehr rein und diese Fahrtbeziehung gibt es nicht mehr. Hier über die Straße drüber. Ich lege sie nochmal hin, um es einfach zu zeigen. Quer zu allen Beziehungen, man muss hier die Grabenstraße raus, den Kreisverkehr rein, der wird auch gekreuzt. Und da ist doch die Frage, ob man ein Autofahrer, der nicht aufpasst, dann vielleicht eher die Gefahr steigt, dass es zu einem Unfall kommt. Und eine ganz einfache Maßnahme wird das beheben. Diese Kreuzung der Verkehrsströme findet nicht mehr statt. Wenn der Verkehr hier reinfährt und aus der Kaiserstraße raus, dann kommt nämlich hier an, biegt direkt in den Kreisverkehr und fährt rum. So muss man hier drüber biegen, mit dieser Straße kreuzt sich. Das ist nicht vorteilhaft. Die alternative Liste hat der Antrag gestellt. Er war noch ein bisschen weitergehender als mein Vorschlag. Die Grabenstraße sollte Einbahnstraße werden. Das hatte ich jetzt nicht zwingend vorgeschlagen. Darüber lässt sich streiten. Aber immerhin der alternative Liste-Vorschlag war besser als alles andere, was vorgeplant wurde. Aber der Stadtrat hat es abgelehnt. Angeblich wegen einer Sichtachse, die man haben muss, von der Kaiserstraße bis zur Innenstadt durchgehend. Die Leute würden angeblich nicht mehr in der Innenstadt einkaufen, würden sie hier angefahren kommen, in die Grabenstraße fahren und damit von der Innenstadt weggeführt. Interessant waren die Reaktionen von Ruhr von Thomas Lorenz. Im Verkehrsausschuss, wo ich das schon mal angesprochen hatte, da sagte Thomas Lorenz, ja, das wäre eine gute Idee, wenn man nämlich hier in die Grabenstraße reinfährt, dann ist nachher auch die Kreuzung Grabenstraße-Weststraße entschärft, weil man nicht mehr in die Innenseite einer Gebiegung reinfährt, sondern das wäre viel besser einsehbar, dort in die Weststraße reinzufahren. Im Stadtrat der gleiche Politiker, Thomas Lorenz von der Ruhr, die gegenteilige Ansicht, wenn man den Verkehr so führt, dass die Leute hier reinfahren, dann werden sie geradewegs in die Grabenstraße geführt und dann wird es dort zum Verkehrschaos kommen. Natürlich kann es sein, dass da mal ein Autofahrer verirrt, aber die meisten Radar sind ortskundig und wenn man entsprechend große Warnschilder aufstellt, die ja überdeutlich sein können, Grabenstraße, kein Durchgangsverkehr, dann dürfte, denke ich mal, dürfte das nicht das Problem sein. Aber wir haben zurzeit hier eine Ampel. Also die Autos, die hier rauskommen, werden von der Ampel aufgehalten, wenn die Autos von hier unten fahren dürfen und in die Kreiserstraße reinfahren. Wenn die Autos fahren dürfen, ist zwar ein bisschen Gefahr, dass sie sich hier kreuzen müssen, aber es ist eine Sichtachse geradeaus, während man hier um die Ecke kommt. Und deswegen mit Ampelschaltung ist die Verkehrsführung, wie sie heute ist, machbar. Aber mit dem Kreisverkehr die Einfahrt in die Kaiserstraße, gleichzeitig die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr, gleichzeitig die Ausfahrt aus der Grabenstraße, gleichzeitig auch noch, dass man hier, wenn man reinfährt in den Kreisverkehr, wird man noch mit abgelenkt durch die Ausfahrt aus der Kaiserstraße in den Kreisverkehr. Gleichzeitig hier ein Fußgängerüberweg und auch hier noch, also parallel ein Fußgängerüberweg. Das ist eine Gemengelage, die nicht sinnvoll ist. Deswegen die Vereinfachung. Man fährt hier in die Grabenstraße rein, alles in einer Richtung und man fährt aus der Kaiserstraße raus. Dann sind die ganzen Überschneidungen nicht gegeben und ich denke, das ist eine viel bessere und sicherere Verkehrsführung. Warum das der Stadtrat abgelehnt hat, weiß ich nicht. Urteile jeder selbst. Es gab noch eine andere Sache, die ich jetzt nicht auf der Karte darstellen kann. Die alternative Liste hatte auch beantragt, dass man für Carthausen vorschreibt, dass es Solarzellen gibt und Energiespeicher. Es wurde nicht vorgeschrieben, wie viele Solarzellen, welche Sorte von Solarzellen, ob auf Fassade oder Dach, ob der Speicher in jedem Haus ist oder ein Sammelspeicher für das ganze Viertel. Das war in dem Antrag noch offen. Und bis auf ein paar Stimmen von der UWG, die auch nicht komplett dafür gestimmt hat, hat das der ganze Stadtrat abgelehnt. Nur die beiden Ratsleute der alternativen Liste und zwei Ratsleute von der unabhängigen Wählergemeinschaft UWG haben dann dafür gestimmt, dass Carthausen eine Solarstadt wird. Und es ist ganz unbegreiflich. Es wurde zuvor der Klimanotstand, ein Bürgerantrag behandelt. Der wurde verschoben in den Ausschuss. Aber alle wurden nicht müde zu betonen, wie wichtig ihnen Klimaschutz sei. Klimaschutz ist ihnen aber so wichtig, dass sie die Verpflichtung zu Solarzellen und regenerativer Energie in Carthausen ablehnen. Und das ist unbegreiflich, denn wenn man neu baut, ist es das Preiswerteste, alles zu berücksichtigen. Die Ausrichtung des Daches, die Anlagen, die Leitungen, die Kabel, die Technik, die man braucht dafür, die Energiespeicheranlage, alles einzuplanen in den Neubau, ist viel preiswerter, als einen Altbau dafür umzubauen. Und wenn man schon neu baut, dann doch bitte möglichst Energie-Plus-Häuser, die mehr Energie liefern für die Stadt, als sie verbrauchen. Das ist heute möglich. Das könnte man alles machen. Das wäre wirklich Klimaschutz. Wenn aber Rade vom Wald einen Stadtrat hat, der mehrheitlich eine solch logische, einfache Regelung ablehnt, dann hat Rade vom Wald einen Klimanotstand von ganz besonderer Qualität. Dem braucht man nicht erklären. Der ist Fakt. CDU, SPD, FDP, Grüne, Pro-Deutschland, alle haben diesen Klimanotstand mitgeschaffen. Das Linke Forum ist eine Ausnahme. Die haben sich enthalten, weil sie wollten nicht gegen Solarzellen stimmen, aber sie stimmen auch nicht für etwas, was mit Katthausen zu tun hat. Das ist eine Sondererklärung. Hätten die anderen sich alle auch enthalten, hätten ja vier Stimmen von UWG und der LD Mehrheit gehabt und die Sache wäre durch gewesen. Also das Linke Forum hat es nicht verhindert, aber die Grüne Partei, die den Namen Grüne hat, hat nicht für Solarzellen gestimmt und alle anderen haben gezeigt, wie und abweichend von ihren Aussagen ihr Handeln zum Thema Klimaschutz ist. Glaubwürdigkeit sieht anders aus. Ein richtiges Reagieren auf Fridays for Future sieht anders aus. Die alternative Liste L hatte einen sinnvollen Antrag gestellt, leider hatte der keine Chance. Urteilen die Rate vom Walderberger selbst, vielleicht ergreifen gern noch mehr Leute Aktivität in der Politik, denn die alternative Liste, die solche Vorschläge macht, kann durchaus noch Unterstützung gebrauchen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, wann und wo und Sie immer dieses Video hören. Auf Wiederhören!